hallo und herzlich willkommen liebe gaming freunde zu einem neuen spiel das ich euch heute vorstellen werde denn es ist freitag und freitags spielen wir immer irgendwelche spiele die wir noch nicht kennen so was heute eine kleine ausnahme ist denn das spiel das ich jetzt spiele das kenne ich eigentlich schon aber ich habe das noch nie geschafft und ich finde das so cool deswegen wollte ich euch das unbedingt mal zeigen es nennt sich der very organized thief das heißt der sehr organisierte dieb und wir press base to start ich habe start gedrückt space und wir sind ein dieb und wir befinden uns in einem haus von menschen die wir ausrauben möchten denn wir sind böse so und wenn ich mich richtig erinnere war genau die taste die uns sagt was wir alles klauen borrow ausleihen so was blende heißt weiß ich nicht da muss ich noch mal gucken ich hasse dass man da wort raus steht was ich nicht kenne dann brauchen wir viel für den computer ein armband eine uhr einen mehr einen ein fahrrad ein album und ein goldbeer ein goldbeer ein goldbarren und natürlich gibt es da auch noch okay das war schon mal das armband sehr schön übrigens wunderbare einrichtung hier perfekt natürlich nehmen wir das hier noch mit das ist nämlich der schlüssel zum büro so die uhr fernseher neben brauchen wir nicht denn das war stehen das war auch nicht aber ein bisschen geld können wir mitnehmen und das ganze das läuft hier auf zeit denn der besitzer des hauses oder der wohnung kommt demnächst wieder nach hause zurück sollten ich glaube hier ja da ist noch ein bisschen geld das nehmen wir auch mit wenn schon denn schon essen brauchen wir nicht mehr brauchen wir nichts das brot ja ich habe wieder die hälfte vergessen wurde bezeugt dass wir mitnehmen sollen deswegen gucke ich jetzt noch mal schnell auf die liste den computer die uhr den mit mir also mehr fahrrad album goldbarren okay ach so genau das machen wir schnell auf das können wir da waren oh was soll ich denn jetzt mal um ein schaf steht im weg guck mal hier schafi aber sie stand jetzt gerade vor dem weg eigentlich steht das immer hier oben in der kamera ich weiß auch nicht habe ich irgendwann mal irgendwie umgestellt so jetzt haben wir da das connect so das heißt die sicherung ist es raus wer auch immer nach hause kommt kann kein licht an machen und uns wohl ich deswegen auch nicht unbedingt sehen wir verpieseln uns jetzt mal in den zweiten stock hoch ganz leise geld also bis jetzt haben wir ja noch nicht wirklich irgendwas geklaut voll nicht erfolgreich scheiße code habe ich noch nicht oh gott sie hat uns gefunden wie schlecht sind wir dann nee so geht das nicht das geht das nicht leute da war wir einen zweiten versuch denn das dürfen wir nicht auf uns sitzen das sind so jetzt machen wir hier aber ganz schnell wir brauchen die spielekonsole einem parfümflasche eine statue eine juwel box ein stempel album ein wein einen computer und ein gold barren so und jetzt aber ganz flott damit wir hier war dann mal brauche hier gehen konnte ja perfekt okay das geld nehmen wir mit dafür damit haben wir jetzt das wohnzimmer schon mal ausgeräumt da brauchen wir welches ist denn die real wine bottle das ist auch nicht hier sind so viele warte mal vielleicht hier hinten sind auch noch welche misst wenn der küche stehen ja auch noch welche rum und jetzt weiß ich nicht welches die ist die wir brauchen verdammt ist die im kühlschrank ja perfekt so dann brauchen wir noch parfümstatue juwel box stempel aber computer ding und gold barren hier ist nur das armband das brauchen wir dieses mal nicht ich würde sagen wir verpielen uns dann jetzt gleich mal nach oben falls hier nicht noch irgendwas rumliegt sieht nicht so aus radio radio ne brauchen wir nicht gerade was nicht okay so stempel album perfekt was brauchen wir noch hier noch was drin geld gott wer versteckt denn so viele ups so viele so viele geld scheine irgendwie in seinem zimmer hier ist nüsterne ok scheiße schon wieder die uhr macht mich immer total nervös was denn hier hier komm schon ich habe wieder alles vergessen bestimmt tausend sachen wieder übersehen hier weil ich zu nervös bin ich bin in dem spiel nicht gut ich habe es noch nie geschafft wirklich alles irgendwie zu kriegen ich bin richtig schlecht aber aber wenn ihr das heute könnt ihr es ja selber mal probieren und probieren ob ihr besser seid als ich ja wohl den computer haben war und dann noch ein bisschen geld ich weiß auch gar nicht welche statue das sein soll ist das ein 1 oder eine 7 5 7 9 3 so dann gehen wir hier direkt da 5 7 9 3 5 5 5 1 9 3 shit habe ich irgendwas falsch gemacht wenn wir nicht mal 4 zahlen merken parfüm bottle ok wir haben jetzt schon ziemlich viel und nehmen wir das noch mit komm schnell 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 komm schon raus 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 hier gibt es ja auch noch sachen scheiße ne das fahrrad war vorhin hier der rasenmäher oder der war auch vorhin startdeutsche ok ne machen wir nicht gehen wir raus 15.000 dollar und everyday thief sind nur so ein tagtäglicher normaler durchschnittlicher scheißdieb so aber jetzt jetzt schmeißen wir den power mode an und jetzt werden wir das ganze haus ausrauben ich bin mir absolut sicher dass wir sie jetzt alle platt machen parfümflasche mikrowelle headphones gameschule toaster gitarre painting goldbar diese goldbar die habe ich ja noch nie gefunden wo sind die herkriegen ok komm kriegen wir irgendwie hin gitarre spielekonsole steht jetzt nicht mehr hier ja das ist auch gemein dass die das zeug auch mal woanders hinstellen aber vielleicht habe ich dadurch auch mal die chance diese scheiß gopa zu finden ist das gopa? ne das ist nicht gopa das ist flasche ähm hier brauchen wir was in der küche mikrowelle die mikrowelle müssen wir mitnehmen so die painting ja toaster 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 stehen doch auch immer in der küche oder? wo ist ein toaster toaster? wie? hä? ah! ciao! nicht dass die goldding hier drin ist so da ist der schlüssel den brauchen wir auf jeden fall wenn wir hier richtig was hermachen wollen so komm schneller was brauchen wir hier nochmal parfüm hin von skip console paint the gold bar ich glaube nicht dass irgendwas davon hier liegt ne glaube ich nicht so dann machen wir uns mal hier auf dem weg in die küche noch gott wie umständlich lauf ewig ist das das painting? nicht die ne das ist es nicht shit ist der laptop ist das das wieso man nicht immer die taschenlampe ausstellt das zeug zu nehmen so ok brauchen noch parfüm headphone game console gold bar ok perfekt 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 und dann gehen wir jetzt hier hoch und was liegt hier irgendwas was wir brauchen? ne da liegt nur das handy das lassen wir dieses mal da da tsch 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 komm schon nein bisschen geld nehmen wir mit oh nein schon wieder die ua ich würde es nochmal schaffen die will cool sein so wie all die anderen cool kids und wenn ich schon in den knast komme dann will ich auch was dafür getan haben also da will ich ich will ich einfach entschuldigen kann das kommen wenn dann will ich schon hier mit dem großen crew und hier und jetzt werde ich durcheinander brauchen eine spielekonsole jawoll perfekt dann brauchen wir das ist das hier nö das brauchen wir nicht dann brauchen wir das hier nee 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 Schrank auf Schrank auf nix drin ok hier ist auch nix drin dann hier nächstes zimmer bärm bärm das geht hier bärm 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 geht das hier so radio wo könnte denn eine parfümflasche sein oder wo könnte wenn ihr ein goldbarren werdet wo werdet ihr dann vermutlich im safe 5719 und dieses mal ist es auch wirklich 5719 ich bin ja nicht blöd so komm schon öffnen 5 7 5 9 ok 5 1 7 9 ok 5 1 7 9 9 7 9 9 weiß nicht ob wir das jetzt noch schaffen oder ob die uns dann erwischt 9 7 1 9 ok an 0 1 1 pack 1 so und jetzt raus abhauen hier ohne dass die uns irgendwie erwischt ich würde gerade umstreuen hat es geht 37.000 dollar wir sind ein super dieb ich habe doch gesagt wir schaffen das mensch aber ich glaube es geht noch besser ich glaube man kann noch mehr als 37.000 schaffen die könnte es auf jeden fall mal ausprobieren sind cooles spiel macht total spaß herausfordernd und ihr könnt mir dann wenn ihr einen anderen rekord habt ihr mal unten reinschreiben was ihr so geschafft hat also 37.000 ist schon nicht schlecht und wir sind ein organisator besser geht es nicht oder so dann wünsche ich euch heute noch einen schönen tag vielen dank dass ihr eingeschaltet habt ich hoffe ihr habt viel spaß und wir sehen uns morgen bis dann